Rülli hat den Belagert ihr halt meine Basis gibt's aufs Maul der eine Monod wird kommen bei mir so eine Hexe aufs Maul erst mal äh die Hexe hat gar keine Chance gegen mich also aktuell so Angriffsdruck bitte da hin machen so jetzt warte ich nur auf Engel ich brauche ein paar Energiebronn so jetzt brauche ich da schon wieder so ein Ding ich weiß nicht wieso aber ich will auf sicherer Entfernung leben so dann machen wir mein B noch du hast ein Schuh KWG 2 ist anders vor als beim letzten Mal aber scheiß drauf aber irgendwie klappt es diesmal besser ja so ist bei dir bei mir sowieso ja das ich komme jetzt auf jeden Fall zu dir ach da kommt schon wieder so ein Scherbenteil an natürlich ich schaue auch wieder insta lass mir doch mal hin komm hier Bodenschlag Klatsch so erstmal die Viecher hier oben platt machen die hier oben drauf sind das hast du bei dir vergessen was die Viecher hier oben drauf auf den Dings wo B steht ich habe sie nicht komplett fertig gemacht weil ich dort erst noch hinrennen will nein 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 verpisst euch ganz knapp weggerannt komm schon ich brauche das Teil hier ach man wie lange dauert denn das ey du mal 100 zusammen hast jetzt mit dem wenigen Energiebrunnen das dauert ja Ewigkeiten ja denk mir fuck oben ist einer schon der ich habe bald keine ich habe bald nichts mehr weg mich also ich greife schon mal dein 1b an ich weiß nicht ob du mal mitmachen willst so ganz schlau und ich habe den da gerade eingenommen ich meine dort oben geht Prozent ja was da drüben ist noch ein B ja klar hier sind ganz viele wir müssen da noch mal in die Mitte wir müssen alles einnehmen nachher die da was machen können das ist doch Billi scheiß Hexen ich habe meinen hier gerade nicht zur Verfügung schaden brauchen wir auch glaube ich nicht sag mal lauf doch mal rein die dummen viecher also sowas selten dämliches habe ich im leben noch nicht gesehen du ja ja nur dich er wäre nice wenn du mich auch noch auslässt ja danke ja ich war gerade gut gemacht die befallenen Frostlager sind zerstört äh ja jetzt wird es eng erst mal alle da hinschicken eure streitkräfte werden angelegt und haltet sie auf show me bitch no streamer kill him das hast du nicht gemacht so also zwei einheitchen lasse ich mal hier oben start wie im Ohr den Rest schicke ich wieder runter würde ich behaupten den Rest schicke ich runter zwei lass ich oben Feinde belagern eure Basis auch einen scheiß machen die so wenn denn der ganze Trupp mal die können mich mal getrost am Sack lecken können die scheiß trick belagern die mich jetzt man ja ich muss das jetzt runterlaufen laufen wir von meinen aus rüber oder von deinen aus das ist jetzt die frage sie einfach mal zu dass wir unten das bei mir verteidigen ja ich bin gerade sehr wunderbar sag mal wieso sind jetzt hier keine das ist ein witz dass da keine einheiten in der nähe sind das ist es ja komm ich habe jetzt gerade genug bis dich hier weg mit euch ich will euch nicht haben so jetzt muss ich aber ganz schön einheiten blündern hier warte ich habe einheiten keine angst dann mach ich dir ein schlitz ins kleid den spruch finde ich immer zu zu sehen dass er nicht hier hinkommen mann das ist bei meinen dasselbe so jetzt fick ich euch deine Mutter war jetzt angekriegt kein bock stöber meiner macht mein Haupttrupp ist so nahm also scheiße stark mache ich einen Bodenschlag von den Tremors ne ist alles im Umkreis erstmal völlig weg das sind halt vier so ab in meine Base hier sag ich nur bitch please einmal schön regenerieren alles voll machen und irgendwie die hier bei ihr Brunnen erhalten das hast du noch große Energiebrunnen ich brauchte gerade irgendwie ein bisschen selber noch mit denn darum ging es mir nicht mal ich frage man sich ja auch besorgt warum die solche hier unten nicht mehr viele ja irgendwann müssen wir glaube ich da in der Mitte hoch so jetzt reicht es mir jetzt stelle ich hier ein Torm hin das muss jetzt sein aussterben bitches so jetzt gucke ich mal da hoch da kommt schon wieder eine Hexe die Hexe wird an ihrem Ohr Ursprung sterben wahaha 250 für den nächsten scheiße zum 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 ich hast du diese scheiß magie ganz ehrlich wo es ist nur da oben schädige du machst das eh ich was hier oft dass die die Hexen ja da geht ein bisschen aufpasst ich hatte meine ganzen Kräfte das verdammt angriffig konzentriert neue auch schon wieder voll rassistisch boah zwei stück auf einmal willst du mich verarschen was guck doch mal da kommt schon wieder nix auf meiner Seite ich hoffe dass die ja nicht mehr kommen kann also wo ich hier bin es wird ja ein Spawnpunkt immer los stört es sie über eine hoch kleine Magiebrunnen verteilt die jetzt leck mich jetzt muss ich erst mal ewig warten auf 100 so erstmal ein paar einheiten ist kaputt machen also meine also die hier todesgeil sind eigentlich recht geil so jetzt muss ich auf 250 waren wird ja immer besser hundert weg da weg da meine Tüchen weg einfach nur weg ach hast auch Gold jetzt eingesammelt ich finde die Goldkisten sind irgendwie buggy ne mal lassen sie sich öffnen mal nicht ja manchmal musst du übelst oft klicken ne ähm doll was ist da unten los fick dich alter alter scheiß da hast du mal gesehen was da für Bunsen die hier ankommt obwohl ich habe mich gerade darum gekümmert mit ein paar zaubern so jetzt reicht es mir natürlich hat mich das jetzt wieder energie gekostet jetzt muss ich wieder warten oh war das jetzt lucky von mir I don't want to wait so long ich glaube oben wartet was großes oder mhm aber an zwei stellen ich glaube die führen letztlich zusammen kann ich mir auch nur so vorstellen kann ich mir damit aber auch gut vorstellen dass das da zusammenführt hoffentlich ist der Chef Tower fertig bevor ok ich brauche 120 verfluchte Scheiße nicht nur 68 jetzt brauche ich noch den vierten wenn ich den vierten hab dann habe ich Froststürme komm schon und die klatschen die klatschen alles nehm ich den oder nehm ich den für 120 so jetzt reicht es mir jetzt habe ich den ach hat sich hier einen Sumpfdrachen geholt ja für den Anfang reicht das ja erstmal ach wenn der riesenwürmer kommt ne eure Streitkräfte ist Party schon wieder ach das ist sowas das ist ja langweilig so wenn ich jetzt nochmal 100 habe mach ich nochmal hier meinen Magma werfen ach ich lauf jetzt mal dahin hä ich mach die jetzt weg ich kein Bock mehr zu warten lol was kommt denn da an fickt euch fickt euch fickt euch guck dir das mal guck dir das aber so bist den hatte ich auch schon den habe ich platt gemacht und mir klar der Fett Alter wie fällt der denn das ist es ja das heißt der Endboot muss ganz schön ich bin ich bin nur ich dachte es ist irgendwie ja das übel zu Bonn Sinne ob und nötig er hat ja gar nichts warte mal die Leute kommen wir hier den Bolten Schütztrupp und er muss das vertreten das ist erst mal dran sterben und was ist denn alles da oben dort oben ist eine riesenarmee von denen wo du schon bist ja guck dir das mal an dort bestehen richtig viele ja ich hole erstmal mein nächstes B wenn dir das nichts ausmacht na klar mach das na komm die sind eh alle low jetzt greif ich die an keinen Bock mehr zu warten die peilen das gar nicht wenn ich mit meinen Drachen angreif ach es ist nicht mal so viel oh man du bist ja fies ich muss erstmal mein Bär erobern bevor ich da oben überhaupt was mach ich glaube ich tu grad dir ein bisschen helfen da drüben ne bei den Energiedingern ja ok auf jeden Fall habe ich dort erstmal ordentlich was angeschwächt genau das was ich wollte eure Streitkräfte werden angegriffen so mal richtig kurz Monument oh die Armee kommt jetzt erst bei dir ja ich habe ein bisschen länger gewartet das war mein Problem so dass die Armee okay aber okay die Dinger ist hängen auf jeden Fall zusammen dort oben bei dir kommt auf der Seite eine Hexe äh äh so erstmal so ein so ein Flammentypen ne dann so ein so ein so ein und so ein und so ein weißt ja wie das so ist so ein man der fällt ja irgendwie Brot Formation der Führer braucht euch hey ähm na klar ich bin der Führer ich brauche sie ja und so es ist ja keine falsche Aussage sagen wir es so du leitest sie es wird sie nicht ganz so so du weißt schon ok Verteidigungswort ist jetzt gibt's aufs Maul wenn du mal nicht warten willst ach geob die befallenen Feuerbasen sind zerstört ja und jetzt jetzt warten wir hab ich gehört bis war übel die Bonseneinheiten spornkleber so bei 200 hole ich mir hier noch zwei ich hab die Bonseneinheiten jetzt gibt's aufs Maul für die Hexen dort unten ja ich warte jetzt hier oben und stell erstmal ein Armechen zusammen ja das hab ich grad gemacht ja ich noch nicht war nicht am Einheitenlimit aber ich werde es wieder regenerieren lassen und in der Zeit töt ich einfach die Hexen dort unten Hexen nähern sich der Scherbe haltet sie auf Hexen nähern sich der Scherbe haltet's Maul Hehehehe oh göttlich so dann werde ich in der Mitte erstmal den Energiegenerator übernehmen wenn du nichts gegen hast mach der da auf der Seite von dir ja ich übernehme jetzt einfach erstmal einiges geht sterben 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 so 890 das ist mein Einheitenlimit eigentlich das schreibt der mir irgendwie nie an eisiger Zorn in your face guck dir das an guck dir das an guck dir das an die fällt irgendwie Brot sag ich doch so wenn ich 300 hab komm ich da mal vorbei wo wollen wir uns treffen Mitte ich werde auf jeden Fall erstmal in der Mitte das wegkämmern welche Mitte meinst du jetzt? das mit den reinen Energiegeneratoren wo ich gerade mit meiner großen Armee hinlaufe die Mitte also da wo du jetzt bist gut die werde ich einfach schnell übernehmen los einmal gefrorene Zorn Schlitz lassen geladen und bam in your face ich will dich nie anlügen aber es geht langsam langsam komme ich wieder auf Einheiten Schlitz Boni Identität Gold oh der fällt um oh der fällt um die Toastbrot für mich die du oh Typ ähm wo das war wo der weiße Fleck in der Mitte von der Map ist dahin treffen wo ich gerade alle hart herrlich mal weiter oben gehen das können wir auch machen aber treffen wir uns da tue ich ich tue erstmal hier einen Verteidigungsturm hinstellen pfff soo das ist ganz schön lange Fröhnchen hier das wird auch ein spannendes pfff zumindest das Ende wird witzig oh da kommen zwei Hexen die böll sich wie böll sind wir da weg wie Doßbraut soo falsche Taste ihr sterben ihr Hexen sterbt und eure ganz armen Mäh die ihr mitbringt ich komm nochmal aber irgendwie dieser Pfeil der sich da so einspickt im Boden der ist auch ganz schön buggy hallo die Froststürme entsprechen etwa deinem Riesenbewonnen hallo so komm von deiner Seite gehen wir jetzt ran zusammen hallo gucke mal ja das ist doch nicht alles so einmal gefrorener doch das ist alles hm ne ne das ist nicht alles da kommt doch nein ich meine jetzt von meinen Einheiten hier musst du nicht so viel ab es in der Streit macht ist auch nein hier ach gefrorener Zorn wie machen wir das hier das ist ihm jetzt schwierig ich würde sagen übernehmen einfach erstmal alles zerstören naja auf was denn das ich brauche nichts mehr was brauchst du noch ich bräuchte noch ein bisschen Energie damit ich bessere Viecher Energie bräuchte ich auch klar dann nimmst du ich meine jetzt aber ich würde sagen das Monument brauchen wir es nicht sind aber drei ich habe in der Mitte die beiden dann nimmst du hier praktisch zwei und ich halte ein ja weil du hast doch die zweiter genommen ja ach das geht erst wenn wir gut verständlich was kaputt ich glaube wir haben die Mission schon erfüllt ja die Licht besiegt und die Scherbe in Sicherheit oh wir haben es auch am Ziel erreicht die befallenen Naturkreaturen sind vernichtet ist ja langweilig gewesen es war spannend diesmal muss ich sagen ja so eine echt schöne Wunde und dann schließen ja das lädt ja ganz schön lange manchmal aber das Bild was man dort sieht das ist der Juggernaut ne wer wo das gewonnen drauf steht das Vieh das ist der Juggernaut den will ich auch gerne haben der Böztralen ist aber Nahkampf ja ich weiß aber der haut durch wenn du den hast hast du so gut wie 100% obwohl ich gern von den komischen ich will mich nicht auslocken eine Verbesserung geil ohne Zwielichtwesen die sie mit ihren Albträumen näherten fiel die Scherbe in Schlaf doch in ihrer zerschmetterten Form schlummerte gefährliche Magie machtvoll war sie und allein ihr Potenzial schon eine schreckliche Gefahr ok mehr wollte ich nicht wissen so gehen wir auf Karten Verbesserung ich hab da irgendeine Verbesserung bekommen für für hä ich hab doch das ist doch eine Aufwertung oder mh warte aufwertung jetzt muss ich nur wissen wie das Vieh heißt du machst einfach mal rechtsklick drauf und wo dann aufwerten geht machst du aufwerten so so nordgardisten kombi gut nordgardisten plünder gut es geht wohl nur bei Dingen die ich hab ist gut zu wissen ja ok so die nordgardisten sind schon aufgewertet die habe ich nicht so oh oh aufwerten na klar gebe ich mal ein bisschen Kohle aus hat man ja so seltene mein in den let's play jetzt gesehen dass ich mal Kohle ausgebe das wäre dann eigentlich die nächste Mission das wäre das das Albtraum hat ein Ende oder nein ähm wir gehen doch der Albtraum doch der Albtraum hat ein Ende ja aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge also bis dahin tschüss tschau Leute